Newsletter in Gmail dauerhaft loszuwerden ist, wenn dir in der Vorschau der Nachricht so ein Abbestellen-Button gezeigt wird. Wenn ich auf diesen Button klicke, dann kann ich die Newsletter sofort mit einem Klick dauerhaft loswerden. Das mache ich jetzt hier nicht, weil ich die Nachrichten der lieben Miriam weiterhin behalten will. Dann habe ich aber jede Menge Newsletter, wo ich diesen Abbestellen-Button hier oben nicht habe. Also zum Beispiel bei den Fortalabs, wie auch beim, wo ist er, hier der Duden. Da habe ich diesen Abbestellen-Button auch nicht. Was mache ich denn in solchen Fällen? Fangen wir an mit den Fortalabs. Dann wird mir trotzdem ein Abbestellen-Button hier oben angezeigt. Wenn ich hier draufklicke, siehst du, dass ich allerdings erst die Website aufrufen muss. Das heißt, ich kann nicht direkt mit einem Klick den Newsletter abbestellen, sondern ich muss erst noch auf die Website gehen und da noch mal ein, zwei Klicks machen. Das liegt dann häufig daran, dass ich bei diesen Newslettern erst noch gefragt werde, willst du vielleicht nur die Newsletter-Häufigkeit einschränken? Willst du insgesamt einfach weniger Newsletter enthalten? Willst du zu weniger Themen einen enthalten oder willst du gar keinen mehr erhalten? Und wenn diese Rückfrage gestellt wird, wenn also das Abbestellen in einem Klick nicht möglich ist, dann kriege ich zwar hier oben trotzdem die Abbestellmöglichkeit, aber muss eben noch zwei Klicks in einer Website machen. Jeder, der ein Newsletter verschickt, ist auch dazu aufgefordert oder ist dazu verpflichtet, unten einen Unsubscribe-Button hinzufügen. Und hier wirst du sofort alles los. Und dieses hier Update Your Preferences, das ist das, was ich angesprochen habe. Da wirst du zuerst gefragt, ob du einfach weniger Newsletter zu weniger Themen empfangen willst. Warum hat jetzt der Duden diese Anzeige nicht? Suchen wir ihn nochmal raus. Hier ist er. Also ich habe weder hier die Abbestellmöglichkeit, noch hier oben. Und das liegt einfach daran, dass im Duden Newsletter ein anderes Schlüsselwort benutzt wird. Die müssen ganz unten auch das Abmelden und Einstellungen verwalten anbieten. Aber das Wort Abmelden ist eben kein Schlüsselwort, was Gmail erkennt. Wenn jetzt hier Abbestellen oder Unsubscribe oder so irgendwas stehen würde, dann würde Gmail es wieder eindeutig erkennen und würde uns den Button anbieten. Fassen wir also zusammen. Entweder findest du hier oben schon prominent einen Abbestellen-Button und kannst mit ein bis zwei Klicks sofort aus Gmail heraus abbestellen. Oder du findest den Abbestellen-Button nur hier oben beim Absender. Dann musst du vermutlich auf der Webseite noch sagen, ob du weniger Newsletter oder gar keine mehr bekommen möchtest. Und last but not least, wenn du also ein Newsletter hast, wo weder in der Anzeige noch hier oben beim Absender ein Abbestellen-Button ist, dann muss es trotzdem ganz unten die Möglichkeit geben, den Newsletter dauerhaft abzumelden. Und wenn dich noch mehr Themen zum Thema E-Mail-Produktivität interessieren, dann empfehle ich dir mein Buch Schluss mit E-Mail-Stress oder meine Schnellstartanleitung. Beides, sowohl das Buch als auch die Schnellstartanleitung, bekommst du unter www.inbox-zero.de